Hallo und willkommen bei Modellis. Wie ihr sehen könnt, ist unser Shop schon geschlossen, weil wir bereits übersiedeln, aber natürlich haben wir noch Ware hier und kommenden Donnerstag und Freitag gibt es noch einen Flohmarkt mit Autoteilen, zum Beispiel mit Dämpferölen und Getriebeölen, mit Motoren und Motorsets, mit Haftmitteln, mit Team Seer Ersatzteilen, mit Ersatzteilen von Schuhmacher, natürlich mit einer ganzen Reihe von Ritzeln, Hauptzahnrädern, Lacken, Zubehörteilen und auch Werkzeuge, Zubehör zum Reinigen. Wir haben noch eine ganze Menge Sensorkabeln, Einstell-Lehren, dann natürlich zum Entlüften der Stoßdämpfer, natürlich auch Reinigungsmittel und noch einige Lexan-Karosserien, auch besonders schöne wie diesen Porsche und natürlich noch andere Dinge wie den Gabelstaplern, Einsteiger-Buggy, Einsteiger-Fernsteuerungen, Zusatz-Elektronik für RC-Trucks, noch einen ganzen RC-Truck gebaut, zwei Unimogs von Tamir, Fertiges Buggy-Modell. Weiter gibt es natürlich einen RC-Buggy mit Verbrennungsmotor zum Spezialpreis von 175 Euro und noch zwei Stück von den ECX-Racern. Außerdem haben wir von Carlson noch ein Einsteiger-Buggy und ein paar 1.10er-Flachbahn-Chassis von Tamir. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut diesen Donnerstag und Freitag, das heißt 2. und 3. Juli. Bis bald hoffe ich bei Modellis und tschüss. Tschüss.